Hallo Martin, Folge 4 vom Fragen und Zuhören. Es ist der 27. Februar. Liebe Grüße aus Berlin. Hallo Julia. Grüße aus Stuttgart. Grüße aus Stuttgart. Kurzer Wetterbericht. Hier hat es sich gerade zugezogen, aber der Frühling ist zu riechen. Bei uns ist es schweinekalt. Es war so unglaublich kalt. Wir hatten, glaube ich, minus 4 Grad und minus 5 Grad heute Nacht. Und dann so eine nasse Kälte und dann auch noch windig. Also schwierig. Aber hier kommen die Krokusse raus. Man kann sie schon sehen. Und ich finde, Krokusse sind irgendwie mein Vorbild. Die trauen sich durch diese Erddecke durchzubrechen, obwohl es draußen noch total kalt ist und ihre Farben zu entfalten. Und ich finde das einfach total toll. Also wenn ich eine Pflanze gerne wäre, dann wäre ich gern Krokus. Jetzt gefährliches Halbwissen bei mir. Kroküsse? Krokusse? Das weiß ich nicht. Ich habe mal gehört, die Kroken. Lass uns über Kroken im Plural sprechen. Ist das nicht Safranfäden? Oder ist das jetzt falsch? Das weiß ich nicht. Ich möchte mich an dieser Stelle dazu nicht äußern. Das weiß ich nicht. Wir werden das recherchieren. Wir werden das recherchieren und wahrscheinlich nicht nachtragen. Guckt es einfach nach. Auf jeden Fall, ich wäre gerne ein Krokus oder eine Kroküsse, wenn ich, nein, das ist jetzt albern gewesen, ein Krokus, wenn ich eine Pflanze geworden wäre. Das ist gut, ja. Hast du auch einen Wunsch, was du geworden wärst? Auch bei Pflanzen weiß ich es nicht. Pflanzen? Nee. Okay. Da muss ich wirklich nochmal nachdenken. Okay, das reichen wir nach. So, Martin, lass uns mal mit unseren Schlagzeilen starten. Hast du Schlagzeilen mitgebracht, die dich beschäftigt haben? Ja, also momentan ist es, glaube ich, ist es nicht schwer, Schlagzeilen zu finden, die mich bewegen oder wahrscheinlich auch die dich bewegen. Ich habe was gefunden, wo ich gedacht habe, das ist mal eine schöne Nachricht zwischendrin. Oder, also ich bin da jetzt wissenschaftlich nicht so tief drin, dass ich beurteilen kann, ob es schön ist oder nicht. Rein optisch finde ich es unglaublich toll und zwar Polarlichter leuchten über Deutschland. Und das fand ich so großartig. Ich durfte mal in Norwegen bei einem Filmdreh dabei sein und habe dort Polarlichter gesehen. Und das war mit eins der krassesten Naturphänomene, die ich jemals wirklich sehen durfte. Und dass es das jetzt über Norddeutschland gibt, finde ich Wahnsinn. Und ja, das hat ja was mit den Sonnenstürmen zu tun. Aber jetzt weiß ich nicht, ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Also ist es was Gutes, dass man das jetzt hier schon sehen kann? Hat das was mit dem Klimawandel zu tun, mit Wetter? Ich weiß es nicht. Deswegen, da hänge ich mich jetzt mal, man hat ja gerade gemerkt, wie viel Fachwissen ich habe, wenn es um Flora und Fauna geht. Deswegen würde ich mich jetzt da hier in den Wetterprognosen und in der Interpretation von Wetterphänomenen jetzt nicht so weit aus dem Fenster hängen. Du solltest ja keine Veranstaltung mit Meteorologen moderieren. Ja, genau. Aber jedenfalls, das war meine Schlagzeile, weil ich habe die Bilder wieder gesehen und dachte, krass, cool. Ja, ich liebe Polarlichter. Also ich habe ja jetzt in der nächsten Zeit Geburtstag und mein Plan war mal, ich möchte mir gerne diesen Traum erfüllen, an meinem Geburtstag Polarlichter zu sehen. Dann habe ich davon abgesehen, weil, ach, jetzt so im Frühjahr dann wieder so komplett in den Winter zu fahren, da hatte ich jetzt irgendwie auch keine Lust. Aber ich muss es unbedingt, da steht ganz, ganz oben auf meiner Liste, Polarlichter, ein Traum. Wahnsinn. Es ist wirklich, das sieht kitschig aus. Das sieht so, das ist, doch, das sieht kitschig. Also ich habe da hochgeguckt und habe gedacht, also irgendwie ein bisschen kitschig ist ja schon, aber du kannst, du musst einfach, du musst einfach schauen und dann macht man ganz tausende Fotos und alle möglichen. Aber das fängt es nicht ein. Also das ist wirklich, das war so beeindruckend. Da war ich in Trondheim und Wahnsinn. Also da kommt ja auch viel zusammen. Die sind ja dann auch nicht immer da und alle möglichen. Also deswegen, das war ein sehr, sehr besonderer Moment, den ich abgespeichert habe bei mir. Und diesen Moment krame ich öfters mal wieder raus. Also das ist toll. Polarlichter sind sowieso auch wie, ja, wenn man mal so einen ganz, ganz tollen Sternenhimmel und dann die Milchstraße sieht. Also ich finde, das sind so Momente, also wobei ich ja den einen nicht kenne, aber wo man sich so klein fühlt. Also so klein und ich finde immer, wenn ich so an das Universum und die Sterne und das alles denke, da platzt mein Hirn, weil ich mir das irgendwie einfach nicht vorstellen kann in den Dimensionen. Und da kommt man sich selbst so im positiven Sinne klein und unbedeutend vor. Ich finde, das ist nichts Negatives. Kein negatives Gefühl von klein und unbedeutsam, sondern einfach so ein winziger Punkt, vorübergehender Punkt in diesem ganzen Großen. Und das macht irgendwie auch, finde ich, ein bisschen demütig. Ja, total. Und ich glaube, so ein bisschen Demut könnten wir gerade alle sehr gut gebrauchen. Hast du noch eine Schlagzeile? Ich habe es bewusst bei dieser Schlagzeile belassen. Die anderen sind so ein bisschen so in mein Wochenthema reingerutscht. Deswegen, wie sieht es denn bei dir aus? Was ist deine Schlagzeile? Ich habe mal den Versuch gemacht, weil ich gedacht habe, also ja, es gibt einfach viel, über das wir irgendwie reden können. Und das ist natürlich das, worüber alle im Moment auch reden. Ich habe mich mal bewusst auf die Suche nach positiven Schlagzeilen gemacht, einfach damit man sich selbst auch manchmal aus so einer latenten Depression rausholt. Und ich habe drei gefunden, die ich jetzt, ja, die ich irgendwie auch relativ schnell gefunden habe, die ich aus unterschiedlichen Gründen einfach schön fand. So, das eine ist, wie war jetzt der Ort in irgendeinem Vorort oder in einem Stadtteil, jetzt kriege ich bestimmt hier schlechte Post, von Köln, Köln-Rodenkirchen oder irgendwas. Ich muss mal gerade kurz gucken. Da werden jetzt Sparkassenfilialen mit Bürgerämtern zusammengelegt. Also sprich, die Sparkasse ist nicht mehr konstant. Also das erleben wir ja, dass Banken und Sparkassenfilial sterben. Dann ist die irgendwie nur noch vormittags für zwei Stunden irgendwie besetzt an drei Tagen die Woche. Ansonsten ist das Ding dunkel und steht leer. Und in Köln-Rodenkirchen gibt es jetzt ein Projekt, wo die Sparkasse zeitweise zum Bürgeramt wird oder Bürgerinnen und Bürgeramt wird. Und ja, jeden Dienstag gibt es da jetzt Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Bürgeramt in dieser Sparkasse. Und was ich daran toll fand, ist einfach viel kreativer zu überlegen, wie können Flächen eigentlich auch auf verschiedene Art genutzt werden. Wo können sich eigentlich Organisationen zusammentun, die vielleicht auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben, sodass Flächen besser genutzt werden, dass soziale Räume nicht komplett verschwinden, dass Zugänge leichter gemacht werden, dass vielleicht Barrieren abgebaut werden. Und das fand ich einfach eine total gute Idee, die sich, glaube ich, an vielen Orten irgendwie echt gut umsetzen lassen würde. Ja, mega spannend. Also finde ich total spannend. Gerade was du sagst, also auf kleinen Gemeinden, Dörfern oder sowas, wo gerade diese Probleme einfach extrem akut sind. Also Postfilialen machen zu oder haben vielleicht nur noch einmal die Woche irgendwie auf, was natürlich schwierig ist, gerade für auch ältere Leute, die Banken und alle möglichen. Also da gibt es einfach Potenzial, das man irgendwie nutzen könnte. Ja, also wird es sicherlich gerade, wo du sagst, Postfilialen. Also bei uns in Berlin ist es zum Beispiel so, dass ja ganz viele Postfilialen in Anführungsstrichen jetzt in irgendwelchen Spätis sind. Also im Kiosk, wo man woanders sagt. Aber das ist irgendwie, finde ich, nicht so ganz das Gleiche. Also ich finde gerade so die Idee, Bürgeramt an Orte zu setzen, die irgendwie vielleicht leichter zugänglicher sind oder auch mit weniger mentalen Hürden vielleicht auch verbunden sind. Das fand ich irgendwie ganz toll. Dann habe ich noch eine… Ganz kurz, ganz kurz nochmal wegen diesem Umnutzen und sowas da. Wir haben im Stuttgarter Süden ein sehr cooles Beispiel und da wird eine Kirche umgenutzt. In der Tübinger Straße, St. Maria heißt die. Und da finden Konzerte statt, da finden Ausstellungen statt. Mega cool. Also einerseits natürlich, der Ort ist wahnsinnig, ist beeindruckend, ist wirklich toll. Also toll gemacht, unglaublich tolle Akustik mit einer der besten Lagen, die man so haben kann hier unten. Und das finde ich wirklich toll, dass das die Gemeinde mitmacht und dass man da wirklich sagt, hey, wir wollen das für die Leute machen, dass wir hier wieder Leute reinbekommen. Weil ich meine, Kirchen haben auch das Problem, dass da Mitgliederschwund definitiv da ist. Also da sind Kirchen wahrscheinlich sogar fast Vorreiter. Also das haben wir hier auch. Also in einigen Berliner Kirchen finden auch wirklich ganz, ganz tolle Konzerte, also gerade auch von Bands oder Singer-Songwriter-Rinnen statt, wo das irgendwie tatsächlich echt passt und was du sagst, eine tolle Akustik. So, ich habe noch eine zweite Überschrift gefunden, Lebensmittel in der Telefonzelle. Also es gibt in der Altstadt von Coburg eine Telefonzelle, in der gerettete Lebensmittel für Menschen, die bedürftig sind oder die einfach zu wenig Essen haben, dort bereit liegt. Es gibt sozusagen eine Organisation, Foodsharing, die bei Supermärkten, die sich eintragen können, dafür diese Lebensmittel abholen. Und dann werden die in diese Telefonzelle gebracht und jeder und jede hat da Zugang und kann sich da, was er oder sie braucht, nehmen. Und das finde ich einfach auch irgendwie eine total tolle Idee, weil ich dann auch gleich daran gedacht habe, mein Gott, wie viele von diesen Telefonzellen früher noch rumstanden. Und die dann einfach abgerissen wurden oder verwahrlosten, ohne sich zu überlegen, was kann man da jetzt eigentlich Gutes draus machen. Entweder ein Bücherregal reinstellen für Büchertausch oder eben Lebensmittel und einfach auch an sowas zu denken. Das fand ich auch eine tolle Idee. Das finde ich auch wieder super cool. Bei Telefonzellen hat es bei mir gerade so, das sieht man ja gar nicht mehr. Also es ist wirklich, ist ja komplett aus dem Leben verschwunden. Und ich habe da auch mal für einen Filmdreh war, das glaube ich, habe ich eine Telefonzelle gebraucht und musste die irgendwo herbekommen. Und dann habe ich gesucht und es gibt in Brandenburg, gibt es dieses Lager, wo die gelagert werden. Die Telefonzellen? Die Telefonzellen. Und das kann man sogar über Google Maps kann man das finden oder Google Earth. Und es sind dann einfach, du siehst von oben ungefähr, ich glaube, 5.000, 6.000 Telefonzellen, die da so stehen. Das sieht wahnsinnig aus. Also da gibt es diese gelben, aber auch diese Telekom-Dinger. Und das sieht wahnsinnig aus, wenn man da von oben mal so ranzoomt. Die sind auch günstiger, als ich gedacht hätte. Also ich glaube, die gehen, glaube ich, auf ein paar hundert Euro, hat man so eine Telefonzelle bekommen. Der Versand ist halt relativ schwierig, aber fand ich auch spannend und cool auch wieder, wie sowas genutzt werden kann. Cool, also spannend. So, dann habe ich noch eine dritte Überschrift. Ich hoffe, dass das jetzt natürlich auch alles stimmt. In Karachi in Pakistan gibt es zehn pink bemalte Busse, die nur für Frauen da sind und nur Frauen von A nach B bringen. Das Personal ist weiblich, nur der Busfahrer ist männlich, aber dass Frauen sich sicherer fühlen, dass Frauen irgendwie sicher von A nach B kommen. Und das fand ich einfach auch, ja, es ist sicherlich ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber zehn pink bemalte Busse in so einer Millionenstadt. Also ich glaube, dass es für die Frauen, die das nutzen können, einen riesen, riesen Unterschied macht, sich sicher zu fühlen, sicherer zu fühlen. Und was so alle drei Nachrichten, so unterschiedlich sie auch sind, irgendwie aus meiner Sicht verbindet, ist so dieses, wenn wir Lösungen, also Lösungen, die einfach an den ganz konkreten Problemen von Menschen und an Herausforderungen ansetzen. Und nicht irgendwie so, ja, Dinge erfinden, die irgendwie immer noch zu neuen Herausforderungen führen, sondern wirklich sehr lebensnah sind. Also wirklich ganz konkret an den Bedarfen von Menschen ansetzen, um das Leben und vielleicht auch die Gemeinschaft irgendwie besser zu machen. Und das fand ich alles drei irgendwie gute Beispiele, das fand ich ganz schön. Wie du gerade sagst, an den Bedürfnissen von Menschen ansetzen. Ich finde, das ist immer so in meiner Zeit, dass ich so im Lokaljournalismus unterwegs war. Also das ist so diese, die Politik, die in kleinen Gemeinden gemacht wird. Also das ist wirklich was, die Lokalpolitik, das ist wirklich das, wo du den größten Impact, finde ich, so merkst. Also wenn Leute merken, hey, wir brauchen da einen Kreisel oder sowas, als ganz banales Beispiel einfach mal. Und der wird dann nach ein paar Jahren gebaut, dann merken die Leute wirklich, hey, wir können hier was bewirken, irgendwie, was man auf Bundesebene, wo man sich da manchmal vielleicht entweder nicht selbst genug informiert oder auch ein bisschen abgehängt fühlt oder irgendwie merkt, okay, meine Stimme bewirkt hier gerade gar nichts. Das, finde ich, sieht man immer gerade auf dieser untersten, also jetzt nicht hierarchisch gedacht, sondern auf dieser untersten Ebene merkt man das immer, finde ich, sehr, sehr gut, was man doch selbst für einen Einfluss haben kann, wenn man sich selbst auch demokratisch irgendwie engagieren möchte. Ja, aber das führt mich zu einem Thema irgendwie, das ich kurz erwähnen möchte, wo du sagst, demokratisch und engagieren. Wir Berlinerinnen und Berliner sind wieder aufgerufen, zur Wahlurne zu gehen, sechs Wochen nach der Landtagswahl und zwar zum Volksentscheid über einen Gesetzesentwurf zur Änderung des Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetzes. Und ich will jetzt gar nicht groß über die Inhalte sprechen, die auf jeden Fall bedenkenswert sind. Es geht darum, die Klimaschutzziele nicht bis 2045 erst zu erreichen, sondern bis 2030 und auch nicht mehr von Klimaschutzzielen zu sprechen, sondern von Klimaschutzverpflichtungen. Da ist sicherlich auch das ein oder andere Sinnvolle dabei. Ich muss mich noch mal ein bisschen eingehen damit beschäftigen, aber ich frage mich irgendwie, hätte man das nicht auch hinkriegen können, die Wahl und diesen Volksentscheid zusammenzulegen, um einfach auch mehr Menschen zu aktivieren, sich dazu zu äußern? Oder war das jetzt schon wieder zu viel für Berlin? Oder ich weiß es nicht, ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass jetzt sechs Wochen nach diesem ganzen Wahldebakel jetzt wieder zur Urne gegangen werden soll und ich mir vorstellen kann, dass da einfach gar nicht wahnsinnig viele hingehen. Und man muss doch auch sagen, Volksentscheide sind ja nicht bindend, oder? Die sind ja einfach nur, dass man mal so die Meinung abgefragt hat und ich weiß nicht, war das letztes Jahr der Volksentscheid auch in Berlin, wo es um Enteignung ging? Ja, das war mit der Wahl zusammen. Genau, das war mit der Wahl zusammen, aber da war es ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass viele sagen, naja, warum soll ich das denn überhaupt machen? Weil wenn ich mich richtig erinnere, dann hieß es ja irgendwie Enteignung, also war das die, nicht Deutsche Wohnen, Vonovia irgendwie, wie die auch immer heißt. Aber das war ja quasi dann das Ergebnis von diesem Volksentscheid und es ist ja nichts in die Richtung passiert. Also deswegen, ja. Nee, also gut, darüber kann man sicherlich inhaltlich über das alles auch streiten. Ich finde es nur einfach so schade, dass die Möglichkeiten, die es ja gibt, sich als Bürgerinnen und Bürger sozusagen zu äußern, ich finde, die könnte man auch ein bisschen attraktiver irgendwie verkaufen und beziehungsweise für alle so leicht gestalten, dass eine Beteiligung unterstützt wird und so kann ich mir einfach vorstellen, dass die Wahlbeteiligung einfach nicht so besonders oder die Volksentscheidbeteiligung nicht besonders hoch sein wird und das finde ich vom Prinzip einfach schade. Also völlig unabhängig davon, wo man jetzt das Kreuz macht. Nee, das meine ich aber mit dem letzten Jahr auch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Leute auch noch denken, naja, also der Aufwand für mich ist extrem groß, das jetzt nochmal einzurichten, dass ich da nochmal hingehe und dann ist es gar nicht so wichtig, ob ich jetzt mit Ja oder Nein oder was auch immer ich ankreuze, weil es hält sich ja sowieso keiner dran. Ich glaube, dann ist die Motivation zu sagen, hey, an diesem Sonntag werde ich mein Kreuzchen wieder irgendwo machen, wahrscheinlich schwierig und es werden sehr wenige Leute dann nur zur Wahl gehen oder was heißt zur Abstimmung gehen. Was natürlich, wenn wir gerade über Abstimmung, wenn wir über Wahl sprechen, ich glaube, wir müssen nochmal kurz die Berlin-Insiderin hier heranholen. Schnaube ich einmal tief durch. Momentan ist es glaube ich so, 53 Stimmen legt die SPD noch vor den Grünen. Das war glaube ich, das war mein Stand. Wir sind, also wir zeichnen übrigens am 27. auf, also Montag der 27. 16.10 Uhr, vielleicht sind es jetzt nur noch 52 Stimmen, wer weiß. Aber ich glaube, es sind jetzt alle ausgezählt. Also ein hauchdünner Vorsprung fand ich schon auch wieder spannend. Also das ist, was da jetzt gerade auch wieder an Koalitionsgesprächen stattfindet und worauf es dann hinauslaufen sollte in Berlin. Ja, was soll ich dazu sagen, Martin? Was spricht man auf der Straße? Das weiß ich gar nicht, weil ich zum Beispiel am Wochenende gar nicht hier war. Ich glaube, also um es mal neutral zu sagen, also ich finde schon die Debatte dahinter sehr interessant. Also zu sagen, also wir haben uns ja letztes Mal, glaube ich, schon darüber unterhalten. Also wenn du dir die Wahlkreise anguckst, dann ist sozusagen außerhalb des, wie man immer so schön sagt, des Berliner S-Bahn-Rings ist fast alles schwarz und innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings ist alles grün. Wenn du jetzt sagst, okay, das ist jetzt das Wählerinnen- und Wählervotum, dann müsste man ja eigentlich sagen, spiegelt das sozusagen die Entscheidung auch der Bürgerinnen und Bürger wieder so schwarz-grün. So, auf der anderen Seite gibt es ja die Argumentation für, naja, es haben aber mehr Leute sozusagen quasi links der CDU gewählt, nämlich Rot, Grün, Rot. So, also SPD, Grüne und Die Linke. So, also die haben insgesamt die Mehrheit gegenüber der CDU. So, die FDP ist ja rausgeflogen hier aus dem Landtag, Senat, so, Abgeordnetenhaus. Und ich finde diese Diskussion einfach total spannend. Also sich zu fragen, welche Koalition spiegelt jetzt am ehesten das Wählerinnen- und Wählervotum wieder. Also die Frage finde ich echt interessant. Und ich habe da jetzt auch noch gar nicht, ehrlich gesagt, so die perfekte Antwort da drauf. Ich glaube, die gibt es wahrscheinlich auch gar nicht. Aber das so zugespitzt auch zu sehen, finde ich schon, ja, einfach spannend. Und einfach natürlich auch schon die Frage, was ist dann, was ist für Berlin auch das Richtige? Also so, weil das ist schon, ich meine, das ist die größte deutsche Stadt mit sicherlich einfach eine Menge Herausforderungen. Und welche Veränderung braucht es? Also ich bin jetzt, werde jetzt nächstes Wochenende in einer anderen großen europäischen Hauptstadt sein. Und da ist viel gelungen, von dem ich mir auch wünschen würde, dass es hier auch irgendwann mal vielleicht so ist. Und wen braucht es dafür? Und ich möchte jetzt hier einfach gar keine Stellung zu irgendwas beziehen. Aber ich bin gespannt, was die Entscheidung letzten Endes, die dann getroffen wird, hier an Diskussion auch wiederum auslöst. Ja, weil wir vorhin über den Volksentscheid gesprochen haben und ob Leute da wirklich hingehen, weil wenn man sich die größten Gruppen anschaut, dann ist die größte Gruppe erstmal in Berlin die Nichtwähler und Nichtwählerinnen. Die sind noch vor der CDU, was die Prozente angeht. An zwei kommen die, die nicht wählen dürfen. Das ist die zweitgrößte Gruppe. Und erst die dritte, die sind dann die, die die CDU gewählt hat. Das heißt, wenn man das dann nachher auf die absolute Zahlen hochrechnet, dann ist es sehr, sehr schwer, finde ich, von einem Regierungsauftrag überhaupt zu sprechen. Das ist spannend, Martin. Danke für die Infos. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt und das war auch was mit, da habe ich mich in meinem Studium mit beschäftigt und wir hatten da auch viele Diskussionen dazu. Da ging es gerade los mit diesen, also gab es natürlich schon immer, aber mit diesen krassen Protestwählen. Dass Leute gesagt haben, hey, ich gehe nicht wählen, das ist mein Protest. Dann haben wir immer gesagt, nee, mit dem Institut für politische Bildung, da auch in so Diskussionsrunden mit gewesen, haben wir gesagt, nee, das ist nicht das Richtige. Leute, das ist, das ist die falsche Stimme. Dann macht einfach euer Kreuz bei irgendeiner demokratischen Partei besser als nicht wählen. Da wurde drüber nachgedacht, wie man so, wie man Wahlen reformieren könnte. Also natürlich ist es jetzt, wenn ich ein Kreuz mache, wo Protest steht oder sowas oder ich bin mit nichts einverstanden oder so. Also das ist natürlich kein konstruktiver Beitrag zu etwas. Es ist aber kein ungültiger, wäre keine ungültige Stimmabgabe. Und so könnte man eine Gruppe vielleicht mal sichtbar machen, die sich nicht repräsentiert fühlt. Was ich sehr, sehr spannend finde und was wir jetzt mittlerweile seit, also seitdem ich es beobachte, seit über 20 Jahren so haben. Und das fände ich, das fände ich sehr, sehr spannend, wenn man das irgendwie hinkriegt, dass auch, ich sage jetzt mal, das hat natürlich dann auch juristische Geschichten, die da im Hintergrund laufen müssen. Aber wenn man sich dem mal so ein bisschen bewusst ist, weil ich finde es immer ganz, ganz schwierig, nach der Wahl sieht man dann, ah, okay, hier so und so viel, die haben irgendwie, die haben jetzt die absolute Mehrheit, wenn sie in diese Koalition gehen. Nee, habt ihr nicht. Sondern die meisten wollten, die finden das komplette System schwierig. Das ist ein super Punkt, Martin, vielen Dank, dass du den Dreh da reingebracht hast, weil, was ja schon auch ist, wir diskutieren nach den Wahlen immer als allererstes irgendwie, oh, welche Koalition und was heißt das jetzt und wer ist raus und wie viel hat die AfD und so, ne? Also das sind ja so die Diskussionen, aber so die Frage, warum so viele nicht wählen, also differenzierte Analysen, ich weiß nicht, ob ich da jetzt dann vielleicht auch fehlinformiert bin und mich damit bisher zu wenig beschäftigt habe, Aber wirklich differenzierte Analysen, woran das liegt, dass man irgendwie auch mal große Befragungen sieht, irgendwie, warum geht ihr nicht wählen, wie, was müsste passieren, damit ihr wählen geht? Also vielleicht diese Frage auch mal an Leute zu stellen, unter welchen Umständen würdet ihr wählen gehen, das, weil ich glaube nicht, dass es nur bei allen irgendwie Politikverdrossenheit ist, das wird immer so schnell als Entschuldigung oder als Überschrift dafür genannt, aber was heißt denn eigentlich, Politikverdrossen zu sein, was heißt das denn genau? Und die Frage ist eben auch, will man dann die Antworten auch hören, die gesagt werden? Ich glaube, das ist der Punkt. Und das finde ich echt, also das finde ich echt einen wirklich interessanten Punkt und da würde ich, weiß ich nicht, da würde ich gerne noch mal mehr zu wissen, was da so nach Wahlen passiert auch. Ja, total, also da können wir auch gerne noch mal, noch mal länger auch in einer eigenen Folge so ein bisschen informierter nochmal drüber sprechen, aber weil du gerade sagst, das hast du noch nicht so, also da wird nicht drüber gesprochen oder vielleicht geht es irgendwie an uns vorbei. Also ich halte mich persönlich schon für eine Person, die sich sehr informiert in diesem Bereich und wenn das irgendwie an mir vorbeigeht, dann, also ich sehe natürlich Schuld auch so ein bisschen dann bei mir, weil ich nicht mich informiert habe anscheinend richtig, aber irgendwie sind die Kanäle dann aber auch so geschaltet, ja, dass das an mir vorbeigeht. Weil, also ich schon mit meinem Radar so ein bisschen immer wieder gucke und gerade, wenn solche Keywords kommen, da bin ich immer gerade sehr wach, weil es halt ein Thema meines Studiums war und ich mich da wirklich mit beschäftigt habe. Dann habe ich auch immer so ein bisschen das Gefühl, wie du auch gerade sagst, naja, vielleicht will man die Antworten auch gar nicht hören und deswegen blenden wir das so ein bisschen aus. Also ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und würde mich auch freuen, wenn da mehr Forschung oder transparentere Forschung oder vielleicht auch, wenn es diese Forschung gibt, dass mehr darüber gesprochen wird und da vielleicht auch mehr offengelegt wird. Fände ich, fände ich sehr spannend. Ja, ich glaube, wir müssen und wollen natürlich auch diese Woche über ein Thema reden, was sehr präsent war mit vielen Aspekten dazu. Wir stellen es jetzt nicht in den Mittelpunkt, glaube ich, weil es wird überall drüber geredet und sicherlich auch von fachkundigeren Menschen als wir. Aber es war der erste Jahrestag des Angriffskriegs auf die Ukraine durch Russland. Mich hat das schon nochmal sehr bewegt, weil ich noch genau mich erinnert habe an den Tag vor einem Jahr und aber auch selbst, wenn ich das so rede, denke ich dann auch immer so, ja toll, Julia, du hast dich daran erinnert. Aber das, also, boah, was man heute auch wieder gelesen hat, acht Millionen Kinder, die von dem Krieg unmittelbar betroffen sind, also in der Ukraine, es ist so, ja, es bleibt zum Glück absolut erschütternd. Es bleibt irgendwie zum Glück auch ein großes Thema, wobei es ja einfach auch immer unterschiedlicher diskutiert wird und auch sehr polarisierend diskutiert wird. Hier am Samstag war ja die große Demonstration auf Basis dieses Manifests oder, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, was ja von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer initiiert wurde. Ja, was sagst du dazu? Ja, also natürlich dieser, dieser Jahrestag, ich habe nie daran geglaubt, dass es einen ersten Jahrestag geben wird. Ich dachte immer, das wäre wirklich, da wird es vorher eine Lösung geben, irgendwie so naiv bin ich da gewesen, muss ich, muss ich sagen. Eine Lösung im Sinne von, dass man schneller zu irgendwelchen Formen von Fahndung kommen würde. Dass es irgendwie, dass irgendwie Tatsachen geschaffen werden. Ich dachte auch, dass, also ich war jemand, der gedacht hat am Anfang, die russische Armee überrollt die Ukraine und macht da quasi alles, alles zerstört alles. Und dass es dann quasi wieder Russland ist. Das habe ich gedacht am Anfang, war dann, war dann sehr überrascht. Und ich habe mir, ich habe da lange drüber, es gab ja tausend Sendungen und alles Mögliche. Und ich habe wirklich überlegt, wie, also ich bin zu keiner, zu keinem Ergebnis gekommen, wie es eine Lösung geben könnte für diesen Konflikt. Also selbst wenn, also Waffenstillstand vielleicht, ja, aber wie es wieder Frieden geben soll, weiß ich nicht. Keine Lösung habe ich dafür, nicht mal irgendwie ein Denkmodell oder sowas, wo ich sagen könnte, hey, die ukrainische Bevölkerung kann, kann Grenze an Grenze mit einer russischen Bevölkerung leben. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das irgendwie, wie es da eine Lösung gibt, selbst wenn, wenn es chinesische, chinesische Papiere gibt irgendwie, die dann Sachen vorschlagen, wie man da rauskommen könnte oder so ganz konkret war es ja auch wieder nicht, was da gesagt wurde. Also ich habe mir da sehr schwer getan und habe mich da viel mit beschäftigt und bin zu keiner, zu keiner Lösung gekommen. Ich fand es dann sehr spannend, ich habe, auch wenn wir beide kein großer Freund von der Sendung von Markus Lanz sind, ich habe die Sendung gesehen, letzte Woche war die, als Sarah Wagenknecht zu Gast war. Chapeau, dass du dir das noch angucken kannst. Also jetzt speziell mit diesem Gast, ja. Ja, genau. Ich habe gedacht, ich muss mir das angucken. Ich will die Argumentation verstehen. Ich will es probieren, weil es ist natürlich eine Möglichkeit, dass man sie auch mal länger wieder hört und versucht. Ich will das ja verstehen. Also und Kevin Kühnert war auch da, von dem ich sehr viel halte, muss ich sagen. Ich finde, das ist auch, wie du auch vorhin schon gesagt hast, man geht da politisch nicht immer so in eine Richtung oder sowas. Oder da gibt es viele Sachen, wo ich sage, okay, finde ich jetzt gerade schwierig, aber menschlich, muss ich sagen, finde ich, das ist jemand, der sich in den letzten Jahren hervorgetan hat, wo ich sagen kann, hey, dem traue ich zu, dass der eine wirkliche, der hat schon eine politische Karriere hingelegt. Aber da ist noch nicht Schluss. Ich glaube, bei dem geht es noch ein bisschen weiter vielleicht. Wir konservieren diese Ausgabe. Ja, mal gucken, mal gucken, genau. Aber ja, ich fand das jedenfalls sehr, sehr spannend und gleichzeitig auch extrem erschreckend, was ich da wieder gehört habe. Und dann natürlich auch noch die Schlagzeilen gelesen. Björn Höcke flirtet mit Sarah Wagenknecht. Komm doch zu uns in die AfD. Hier kannst du die Politik machen, von der du träumst und sowas. Und ich weiß nicht, da hat sich bei mir alles aufgestellt. Und denkst du auch, in was für einer Zeit leben wir gerade? Was passiert hier eigentlich gerade? Wahnsinn. Ja, und also ich will gleich nochmal zu einem Punkt, zu dem du was gesagt hast, auch was sagen. Aber die Inhalte sind ja das eine, das ist ja schon schlimm genug für sich. Und das andere ist ja die Inszenierung. Also die Inszenierung von sich selbst auch auf dieser Bühne, jetzt auch bei der Veranstaltung. Und es gab ja nun viele auch in anderen politischen Kontexten Kundgebungen für bestimmte Ereignisse, jetzt auch die, die auf der Welt passieren. Also es gab hier in Berlin Kundgebungen für die, für den Iran, also im positiven Sinne für die iranischen Frauen. Es gab Kundgebungen, Versammlungen für, als Solidarität für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Und alles das hast du den Leuten angemerkt, die auf der Bühne sind. Also ich war jetzt nicht immer live dabei, aber wenn man das so gesehen hat, die haben sich nicht, die haben ihre Reichweite genutzt. Aber die haben sich nicht selbst inszeniert. Also zumindest nicht für mich offensichtlich. Und ich finde, das ist der ganz große Unterschied, die Reichweite zu nutzen, wie die Aktivistin Düsentekal immer sagt, Schallverstärker zu werden für eine Sache und dadurch und mit der eigenen Person und mit der Bekanntheit der eigenen Person sich dafür einzusetzen. Hier, wenn du dieses Bühnenbild, das ging ja heute auch durch die Presse, da läuft einem ja schon alles kalt den Rücken runter. Also die Inszenierung, die Inszenierung der Egos, die man dort sieht. Das finde ich einfach absolut erschreckend. Also und dass du auf diesen Kundgebung hast überhaupt keine, also wenn es darum geht, Frieden zu schaffen, dann geht es doch darum, Frieden für die zu schaffen, die am meisten darunter leiden. Angeblich soll das ja auch so sein, um die Ukrainerinnen und Ukrainer. Warum siehst du dann keine ukrainische Fahnen? Also jetzt mal unabhängig davon, ob Fahnen immer aber das Tollste, aber trotzdem, es ist Dubai ja so bei solchen, bei Demonstrationen. Warum siehst du da keine ukrainische Fahne, wenn doch angeblich es für den Frieden für die Ukraine sein soll? So und diese beiden Aspekte finde ich einfach, das ist eine Selbstentlarvung und dann möchte ich noch ganz kurz, ich weiß, ich rede schon sehr lange, zu einem Punkt was sagen, was du gesagt hast, Verhandlungen. Auf welcher Basis sollen Verhandlungen stattfinden? Und jetzt mal, ich will jetzt nicht, das Argument liegt ja klar auf der Hand, es braucht irgendwie zwei Seiten und die eine Seite bietet null, aber auch 0,0 Ansatzpunkte. Aber ich denke dann auch immer, es gibt ja so viele Verhandlungstheoretiker, also Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die sich auch genau damit beschäftigen. Und ich glaube einfach, in unserer medialen Gesellschaft, in der wir leben, wären die schon längst, genau wie die verteidigungspolitischen Kenntnisträgerinnen und Träger, wären die schon längst mal aufgetaucht und hätten Vorschläge gemacht, die auch in den sozialen Medien oder wie auch immer. Aber also ich habe bisher noch nichts dazu gelesen, dass ich ein Experte, eine Expertin dazu geäußert hätte, wie kann denn jetzt mit dieser Ausgangssituation tatsächlich irgendeine Form von Verhandlungen stattfinden? Ich habe da noch nichts gehört und das, finde ich, ist doch aber auch eine Botschaft. Auf jeden Fall. Also wenn die Botschaft einfach immer nur ist, wir müssen in Verhandlungen eintreten und dann hört sie nämlich auf, dann denkst du ja auch so, ja, geht aber nur, wenn beide Seiten verhandeln wollen. Und ich finde, was man immer von russischer Seite hört, auch von Insiderinnen, also gerade von der Journalistin, die das Plakat hochgehalten hat im Live-Fernsehen, die war zum Beispiel auch bei dieser Landsendung da und dann wurde Wagenknecht auch damit konfrontiert, Nein, also Putin möchte das nicht. Also Putin will gar keine Verhandlungen irgendwie so haben, aber da passiert nichts. Also da wird trotzdem weiter auf diesem Argument beharrt. Und ja, also es ist einfach sehr, sehr schwierig. Ich glaube, das Thema wird uns sehr, sehr lange noch beschäftigen. Ja, Martin, was hast du noch mitgebracht? Ich habe noch mein Thema der Woche oder eigentlich ist das ein Thema, was mich schon sehr… Wir haben schon so viele Themen der Woche. Nee, was mich so, also jetzt für mich, ich sage es mal nicht so, was mich so beschäftigt, was ich so aufnehme in den Nachrichten oder so, sondern das ist jetzt ein Thema, was ich, da habe ich im April eine Moderation dazu und zwar Künstliche Intelligenz. Und sehr, sehr spannend, Künstliche Intelligenz in unserer Branche, also in der Moderationsbranche. Da ist das, da habe ich eine Podiumsdiskussion, die ich im April leiten darf, wo ich mich schon sehr drauf freue. Und da startet ja so mittlerweile so ein bisschen die Vorbereitung rein. Und Künstliche Intelligenz, an sich der Künstliche Intelligenz, der Titel ist schon schwierig, finde ich, oder der Name ist schon schwierig. Was ist Intelligenz? Was sind da die Definitionen? Alles Mögliche. Aber das geht jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit. Aber das ist an sich, finde ich, schon sehr, sehr schwierig. Und wir waren gestern im Kunstmuseum hier in Stuttgart. Und die haben eine Ausstellung, die heißt Shift KI und eine zukünftige Gemeinschaft. Und das fand ich auch sehr, sehr spannend, wie Kunst erschaffen werden kann, aber nicht nur, dass man, also dass eine KI jetzt Kunst macht, also einen kreativen Prozess entwickelt, sondern das war auch so ein bisschen, um KI erst mal Leuten zu erklären, die noch nie was mit dieser Materie zu tun hatten. Ich fand es, ich fand es war sehr spannend gemacht, um einfach mal da so ein Gefühl zu entwickeln, was da für eine Technologie, was da so ein bisschen auf uns, auf uns zurollt. Zurollt, das klingt jetzt gleich negativ, so ein bisschen. Ich will das, ich will das eigentlich relativ, relativ objektiv sagen. Also das ist jetzt nicht direkt negativ gemeint. Und da bin ich über eine Technologie gestolpert, also nicht gestern, aber in dieser Vorbereitung, die ich unglaublich spannend fand, die ich noch nicht so richtig einordnen kann, ob ich das gut oder schlecht finde. Also Deepfake sagt ja was. Solche Deepfake-Filme irgendwie, das bedeutet, man kann beispielsweise mein Gesicht, dein Gesicht, prominente Gesichter nehmen und mit denen die animieren, dass die aussehen, als wenn sie wirklich gerade echt werden. Das war jetzt in den letzten, ich glaube, mittlerweile Monate, vielleicht auch schon Jahre. In der Pornoindustrie kam das dann hauptsächlich, dass man da Prominente gebaut hat, die dann in Pornos nicht mitgespielt haben, aber dass man es gedacht hätte. Und jetzt wird diese Technologie eingesetzt zur Traumabewältigung. Und das ist so, dass ein, das ist ein niederländisches Unternehmen, die dann Opfer von Gewalttaten, von sexuellen Missbräuchen, Leute, die ihre Kinder verloren haben, alle möglichen, die quasi mit, ich sage jetzt mal, dem Täter konfrontieren können. Man braucht ein Bild von diesem Täter und die Stimme kann auch rekonstruiert werden, aber dann wird es eine, eine Therapeutin oder ein Therapeut würde dann quasi diese Stimme sprechen. Die Leute sind sich eindeutig bewusst, dass es nicht die reale Person ist, sondern dass es ein Fake ist, aber trotzdem kann, kann so Traumabewältigung stattfinden, so die Theorie. Ich kann mir da noch keine richtige Meinung zu bilden, weil ich das noch nicht so richtig gesehen habe und noch keine, das wird natürlich dann auch wissenschaftlich begleitet alles, da werden Studien angefertigt. Ich finde es aber einen spannenden Ansatz, so eine Technologie so zu nutzen. Und die hatten es dann, das eine Beispiel war, dass Eltern mit ihrem verstorbenen Kind sprechen konnten. Und das fand ich auch unglaublich krass. Hat mich auch extrem bewegt, so muss ich, muss ich auch sagen. Hat aber so ein bisschen auch Möglichkeiten aufgezeigt, die auch jetzt mit, mit KI möglich wären. So was die vielleicht noch nicht gedacht wurden und das als so ein bisschen Sprungbrett zu sehen, okay, das ist jetzt, wird gerade sehr verteufelt alles, aber man kann, das ist ein Beispiel, so eine Technologie auch einsetzen, dass sie Menschen helfen könnte. Und das fand ich sehr spannend. Also ich finde, da sind wir wieder so ein bisschen an dem Punkt vom Anfang, nämlich auch einfach zu gucken, vor welchem Hintergrund werden eigentlich auch Entwicklung oder Innovationen auch auf den Weg gebracht. Und du hast ja jetzt was beschrieben in einem Bereich, der ja dazu neigt, alles, was geht sozusagen umzusetzen, sondern wirklich zu gucken, wo können wir konkreten Nutzen leisten. Und ich finde, so abgefahren das jetzt auch klingt, aber finde ich, diese Idee, das wirklich zu nutzen, um Trauma bewältigen, das finde ich eine, also auf den ersten Blick jetzt erstmal ohne das, ich höre da jetzt zum ersten Mal davon, aber finde ich, das ist eine total kluge Idee, wirklich auch an Problemen und Herausforderungen irgendwie anzusetzen, die es real gibt. Also ich meine, gegenübergestellt jetzt sozusagen dieses Chat-GPT, ja, was für ein konkretes Problem wird da eigentlich gelöst? Ist ja so ein bisschen die Frage und dann funktioniert es ja noch nicht. Aber das finde ich total spannend. An der Stelle würde ich ganz gerne einen kleinen Lesetipp einflechten. Also gerade heute, glaube ich, habe ich den neuen Newsletter, ich abonniere den von Wolf Lotter bekommen, den er für den Haufe Verlag macht, empfehle ich dir auch mal vielleicht für deine Vorbereitung, Magie und fauler Zauber. Und da geht es genau sozusagen auch um das Thema künstliche Intelligenz und worauf wir uns da sozusagen auch konzentrieren sollten. Also, und sein letzter Satz ist, wir haben die Wahl, abergläubisch auf faulen Zauber setzen oder die Magie des nüchternen Umgangs damit lernen. Denk mal darüber nach, was besser ist. Also, so dieses, wofür wollen wir das auch eigentlich einsetzen? Welche Probleme löst das? Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Beispiel, was du da hast. Ja, also genau, in so eine Richtung einfach weiterdenken und nicht immer sofort sagen, okay, es ist der Teufel, der jetzt hier, der vor uns steht, sondern es kann auch wirklich was Gutes tun, was Gutes leisten. Ja, fand ich sehr, sehr spannend. Und das beschäftigt mich einfach gerade sehr. Und es ist ja dann immer so, wenn man an solche Themen denkt, auf einmal sieht man es überall. Dann sieht man an jeder Ecke, kriegt man neue Artikel, neue Informationen. Finde ich sehr, sehr spannend. Ja, interessant. Wie sieht es denn bei dir gerade aus? Du, ich hatte letzte Woche eine ordentlich volle Woche. Ich hatte jetzt in den letzten zwei Wochen auch, ich hatte mehrere Podcast-Aufnahmen. Ich mache ja den einen Podcast, das IBE-Workout mit Jutta Rump, mit der Direktorin vom Institut für Beschäftigung und Employability an der Hochschule in Ludwigshafen zusammen. Da haben wir über den neuen HR-Report gesprochen. Und ich will da gar nicht auf Inhalte jetzt eingehen. Was ich an dem Gespräch total interessant fand, dass ich sie vorher gefragt habe, sag mal, was ist da jetzt überhaupt irgendwie überraschend neu und spannend an den Erkenntnissen? Und wir uns das beide so ein bisschen gefragt haben und im Verlauf des Gesprächs tatsächlich im Podcast zu einem ganz spannenden Dreh gekommen sind. Also es lohnt sich reinzuhören, wenn der veröffentlicht ist. Ich finde das auch ein sehr schönes Gespräch, wo man wirklich auch, wir sprechen ja immer über das Fragen und Zuhören und so den Tanz auch so ein bisschen des Gesprächs, wenn man sozusagen, also Vorbereitung ist das eine, aber sich dann dem Fluss sozusagen des Gesprächs auch hinzugeben durch Fragen und Zuhören ist das andere. Und ich fand das so als Erfahrung nochmal in diesem Gespräch, da wurde das nochmal für mich auch so deutlich, was sich dann auch drehen kann, wenn man sich auch tatsächlich darauf einlässt. Also das fand ich ganz schön. In eigener Sache trotzdem auch noch ein kleiner Podcast-Tipp. Ich habe eine Podcast-Folge aufgenommen für Wir leisten uns Gesellschaft mit Berthold Vogel, dem Soziologie-Podcast. Und zwar mit dem Sicherheits- und Verteidigungspolitischen Experten Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und das ist auch sehr spannend, sozusagen, welche, wir diskutieren das so ein bisschen unter der Frage, welche Investitionen für die Zukunft braucht es eigentlich in die Sicherheits- und Verteidigungspolitik? Und welche, wie hat sich das eigentlich verschoben? Und welchen Blick haben wir ja seit der Zeitenwende, haben wir da drauf? Und das ist auch ein sehr spannendes Gespräch. Dann hat mich das Thema Circular Economy beschäftigt letzte Woche. Auch sehr spannend, nicht zu verwechseln mit Kreislaufwirtschaft, weil Kreislaufwirtschaft, da geht es vor allen Dingen um Recycling. Und Circular Economy ist tatsächlich noch mal mehr in der Definition, nämlich auch wirklich die, setzt bei den Ressourcen an und nicht nur bei der Entsorgung der Ressourcen. Und wir in Deutschland glauben ja, bei Recycling sind wir irgendwie schon total gut. Mitnichten ist das so, wir sind da überhaupt nicht gut, selbst was das Recycling angeht. Und jetzt über Circular Economy tatsächlich noch mal als Transformation, als systemische Veränderung, als systemischen Prozess nachzudenken. Alter Schwede, also das ist echt eine Herausforderung, die so nötig wie noch wenig vorhanden ist. Ja, uns geht die Baustelle nicht aus, ne? Also, ne, ne. Also und dann noch Thema Alterssicherung, hatte ich ja schon letztes Mal, glaube ich, kurz angedeutet. Alterssicherung unter der Maßgabe, dass mehr sozusagen da auf dem Kapitalmarkt gearbeitet werden soll. Da muss man sich natürlich immer die Frage stellen, wie relevant, also wie viel macht das tatsächlich aus? Da gibt es ja ganz viele Überlegungen, das sogenannte Generationenkapital, was angelegt werden soll, wie relevant ist das eigentlich, inwieweit verändern sich tatsächlich Sachen. Aber es ist natürlich eine spannende Diskussion, wenn Teile unserer Alterssicherung auf dem Kapitalmarkt angelegt werden sollen. Aber wie gesagt, immer unter der Prämisse, wie relevant ist das jetzt tatsächlich im Verhältnis. Aber es war eine sehr, sehr spannende Diskussion, die man sicherlich auch in der Aufzeichnung dann nochmal nachsehen kann. Also das sind die Sachen, die hinter mir liegen, genau. Können wir auch alles dann verlinken, irgendwie sowas, ne? Wir verlinken das alles, genau. Alles in den Shownotes mit drin. Du, ich habe noch… Du hast ein paar Tipps mitgebracht, oder? Ich habe noch ein paar Tipps mitgebracht. Ja, super. Ich würde einmal noch ganz kurz gerne über die letzte Woche sprechen. Und zwar, ich war im Schwarzwald ein paar Tage und war unter anderem auch in Schramberg. Und Schramberg ist eine… Hier im Süden sagt man Fasnet, also eigentlich Fasching. Ah, okay. Ah, stimmt, das war Karneval. Karneval, irgendwie sowas. Also Fasching, Karneval, das sind alles Sachen, die man nicht sagen darf im Schwarzwald. Das heißt Fasnet. Fasnet. Und in Schramberg ist am Rosenmontag was Besonderes. Und das heißt, ich habe mir das aufgeschrieben, weil das heißt, da bachnah. Also da, Bindestrich, Bach, Bindestrich, nah. Und ich finde, das ist eine ganz coole Tradition. Und zwar, da ist so ein kleines Flüsschen, was da durch diese Mini-Stadt durchfließt. Das ist der Bach in dem Wort. Das ist der Bach, genau. Und da ist so ein kleiner Wasserfall dabei. Und da bauen die Narren, sagt man da auch nicht. Aber ich sage es mal Narren, so das versteht man. Die bauen sich so kleine Bötchen, aber ohne Ruder und versuchen trocken vom Start bis zum Ziel zu kommen. Und das sind irgendwie ein paar hundert Meter. Und an den Straßen oder an dem Rand stehen 5000 Leute und jubeln und trinken und feiern und alles Mögliche. Und das ist so ein bisschen skurril, wenn man das von außen sieht. Wir waren dann dort und haben uns das angeschaut und haben jetzt nicht wirklich richtig mitgefeiert. Also wir wollten uns das einfach das Spektakel mal so anschauen. Auf jeden Fall etwas, was man sich wirklich mal angucken kann, wenn man da versucht, so unvoreingenommen wie möglich ranzugehen. Ich bin wirklich kein Fasnachts-Fan oder sowas, aber das waren mal spannende Bilder und hat einfach mal so gezeigt. Man hat gemerkt, viele Leute versuchen, in diesen paar Tagen alles mal auszublenden und mal wirklich versuchen, wieder Spaß zu haben und so Freude am Leben zu finden. Und das fand ich sehr schön, das auch mal so zu sehen, weil sonst, ich glaube, fallen viele in eine extrem depressive Stimmung. Und das ist ja eine Zeit, die viele auch wirklich, wo sie darauf hinfiebern und da wirklich was machen können. Aus was für Material sind diese Boote? Alles. Kann man sich das aussuchen? Also das sah so aus, also ich weiß es nicht genau, aber da war alles verbaut, was sie irgendwie gefunden haben. Und natürlich auch cool verkleidet und schick gemacht. Und natürlich wird da echt getrunken und sowas und viele fallen ins Wasser. Und wir haben nur die, da standen ein paar Männer vom Technischen Hilfswerk mit solchen Anglerhosen quasi bis zur Brust, ne, in solchen Hosen drin, standen in diesem saukalten Wasser und mussten da hier den einen getrunkenen nach dem anderen wieder in sein Bötchen reinheben. Also das war schon, das war schon echt verrückt. Aber es ist eine kreative Geschichte. Ja, total. Und dann wollte ich so ein bisschen auf, ich habe ein paar Tipps mitgebracht. Ja, sehr gut. Und der eine eben hat auch was mit dem Schwarzwald zu tun, weil ich habe gedacht, es war tolles Wetter, ich gehe mal wieder joggen und war ein paar Mal joggen und habe mir dabei von Sebastian Fitzek die Auris-Reihe angehört. Auris, das ist, natürlich sind das Spiegel-Bestseller, wenn Fitzek was schreibt, ist es auf jeden Fall, dieser rote Sticker, Spiegel-Bestseller wird auf jeden Fall draufstehen. Und das sind Hörbücher, also keine Hörbücher, sondern Hörspiele, was ich auch total spannend fand und geht um Professor Hegel, der ein, wie soll man sagen, der hat ein absolutes Gehör. Und damit löst er halt verschiedene Fälle und wird halt immer wieder von der Polizei, vom LKA herangezogen, so ganz, ganz grob, die Geschichte. Und das war so mein Tipp, wenn man dann im Schwarzwald joggen geht und wenn es dunkel wird und man hat Fitzek im Ohr, man ist zur Leistung imstande, von dem man nicht dachte, dass dein eigener Körper die kann. Wenn du auf einmal von der einen Straßenlaterne, wenn dann doch mal zwei aus sind und du läufst dann einfach 300 Meter durch dunkel, dunklen Wald, bis du das nächste Licht siehst, du hast unglaubliche Energie im Körper, Wahnsinn. Also es war eher ein Dauersprint als Joggen. Ich war schnell. Die Zeit seines Lebens. Nur so als Tipp, also das wäre, das ist eine Möglichkeit, um, um vielleicht die, die Leistung, die Leistungsgrenze mal ein Stückchen nach oben zu schieben. Ja, einfach mal, wenn es dunkel ist, Fitzek rein und dann, dann geht das. Du solltest Sporttrainer werden, Martin. Motivationstrainer und Sporttrainer, das wäre, das wäre was. Sehr schön. Mit Angst trainieren. Ja, dann habe ich noch in der, in der ARD-Mediathek, vielleicht hast du das auch schon gesehen, Tage, die es nicht gab. Von Mischa Zickler. Fand ich unglaublich spannend. Geht um, geht um vier Frauen. Ist das ein Spiel, also ist das ein Spielfilm oder Doku? Nee, ist ein Spielfilm. Also ist eine Serie, acht Folgen irgendwie und es geht um vier Frauen, die zusammen aufgewachsen sind und auf so einer ganz besonderen Schule waren und, ja, ihr Leben nicht so richtig zusammen verbracht haben, aber halt einfach diesen, diesen Band von diesen, von diesen vier Frauen. Sehr, sehr spannend, was denen immer so passiert ist. Tragödien, private Tragödien und alle möglichen und ich finde es einfach gut gemacht. Ich fand es wirklich gut gemacht. Ich fand es sehr, sehr gut erzählt und einen sehr, sehr spannenden Umgang mit verschiedenen Zeitschienen, also mit verschiedenen Zeitebenen, wie die ineinander übergegangen sind. Das fand ich, fand ich sehr gut. Darf ich an der Stelle, passt nämlich auch mein Tipp nochmal oder, ja, ich weiß gar nicht, ob es ein Tipp, sondern eher so ein, so ein Achtsamkeitsstups sozusagen auf eine Sache. Mich hätte jetzt interessiert, welches Alter hatten die Frauen? Kannst du das sagen? Ich würde jetzt mal sagen, die waren Anfang 40, Anfang Mitte 40, sowas um den Dreh, ja sowas. Und hattest du das Gefühl, dass die Schauspielerinnen auch das Alter hatten, dass sie verkörpern sollten? Ja, das hat, das hat gepasst eigentlich. Ja, okay. Weil, worauf ich nämlich gerne aufmerksam machen würde auf eine ganz tolle, ja, Initiative, ich weiß gar nicht genau, was es ist. Es ist schon eine Initiative, die jetzt auch im Rahmen der Berlinale nochmal ein bisschen, also zum Glück, doch nochmal ordentlich was an Öffentlichkeit bekommen hat. Die heißt Let's Change the Picture und initiiert wurde das von Palais Flux. Hinter Palais Flux steckt vor allem, natürlich nicht nur, aber vor allem die Journalistin Silke Burmeester, die die Website oder die Initiative Palais Flux gegründet hat, um sozusagen mehr Sichtbarkeit für Frauen ab 47 plus zu schaffen. Und da, da ich da ja schon ein bisschen länger reinfalle, interessiert mich das natürlich. Und es geht eben vor allen Dingen auch um die Tatsache, also erstmal, es gibt 21 Millionen Frauen in Deutschland, 47 plus. Also ich meine, das ist nicht gerade wenig. Und die Frage ist einfach, wie realistisch werden diese Frauen dargestellt? Oder im Gegensatz, wie klischeehaft ist es auch zum Teil? Und es haben sich einige sehr bekannte Schauspielerinnen da zur Verfügung oder engagieren sich in dieser Initiative. Auch Jasmin Tabat dabei ist, glaube ich, auch dabei. Die sagen, sie kriegen einfach gar nicht die entsprechenden Rollen. Sie sind immer irgendwie die Geschiedene irgendwas, die irgendwie Trauriges, weil die Kinder aus dem Haus gehen oder was. Also es ist immer alles sehr klischeebehaftet. Aber das gesamte Spektrum von Frauen, 47 plus, wird eigentlich in dem Rollenangebot, spiegelt sich gar nicht wieder. Will ich einfach nochmal drüber aufmerksam machen. Es gibt auf Instagram überall, also Palais Flux, let's change the picture. Und die machen auch sonst sehr tolle Sachen. Und ja, also kann ich nur so auf jeden Fall unterstützen, anschauen und drüber sprechen. Also das ist, ich glaube, das weiß jeder, wenn man einmal nur das Fernsehen anmacht oder wirklich Serien schaut oder sowas, dass es da eine absolute Diskrepanz gibt. Also dass es da wirklich sehr, sehr, sehr schwierig ist. Ich habe noch einen Buchtipp dabei. Und den Buchtipp, der ist so ein, also thematisch auf jeden Fall so ein Downer, sage ich jetzt mal, noch hinten raus. Ich habe das Buch aber jetzt die letzten Tage wieder entdeckt und habe es nochmal gelesen und fand es einfach spannend. Die Geschichte dazu ist, das war aus meiner Freiburger Zeit, das Buch, ich habe es auch mitgebracht, du kannst es jetzt sehen, alle anderen leider nicht, von Lili Lindner, Splitterfasernackt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich halte es mal kurz rein. Also das ist das Buch, hat auch den Spiegel-Bestseller-Button drauf, den jeder Fizek quasi auch mitbekommt. Und bei ihr ist es so, das war in meiner Zeit, als ich noch in Freiburg bei TV Südbaden damals gearbeitet habe. Und da kam rein, okay, Lili Lindner kommt und stellt ihr neues Buch vor. Und wir haben halt nach spannenden Themen gesucht und sowas. Und ich war an dem Tag jemand, der gesagt hat, okay, ich bin, also ich habe die Themen rausgesucht und habe gesagt, cool, ich habe noch kein Thema für die nächsten Tage. Das schnappe ich mir, recherchiere ein bisschen und melde mich einfach mal mit meinem Kameramann an, den ich zu der Zeit als Team zusammengestellt war. Martin Ekle, richtig guter Kameramann aus Freiburg nur so. Schöne Grüße. Der Kameramann braucht Martin Ekle in Freiburg, guter Mann. Und wir haben uns ja angemeldet und ich habe vorher über das Buch gar nicht, ich habe einen Klappentext gekriegt, irgendwie sowas. Und man konnte es noch nicht kaufen und deswegen bin ich dann da hingefahren. Und da habe ich erst erfahren, um was es da so richtig geht. Und Inhalt ist ziemlich krass. Also Lili Lindner, damals war sie Ende 20, beschreibt ihre, also es ist eine Biografie von ihr. Wenn man das hört, dann denkt man, so viel Leid kann eine Person eigentlich gar nicht erfahren haben. Also in einem Elternhaus aufgewachsen, Drogen, Alkohol, dann wurde sie entführt. Dann ist sie in so einen Menschenhändlerkreis reingerutscht, Zwangsprostitution, alle möglichen, wiederverkauft, verschiedenste Bordelle. Also wirklich Straßenstrich, das Schlimmste, Schlimmer kann man sich eigentlich für Menschen gar nicht erdenken, was da passiert ist. Und dann hat ein Switch stattgefunden, dass sie dann irgendwie freikam, irgendwie geflohen ist. Und sie hatte so eine Wut und so einen Hass auf ihren eigenen Körper, dass sie sich dann selbst prostituiert hat. Also aus eigenem Willen wieder heraus, weil sie gesagt hat, naja, wenn ich mir selbst das Schlimmste antue, was man sich antun kann, dann kann es mir schon kein anderer antun. Das war ihre eigene Argumentation dahinter. Und ich habe sie zum Interview getroffen. Und ich hatte, wie gesagt, den Kameramann dabei, vor allem Mann. Und wir waren zwei Männer. Und wir saßen dann in diesem Raum, haben alles vorbereitet, Kamera vorbereitet. Und sie kam rein, sieht uns, die Tür geht wieder zu, batsch, und kommt niemand rein. Und ich habe gedacht, okay, was war das jetzt hier? Krass. Und dann bin ich kurz raus, habe mit ihr dann draußen geredet. Und dann hat sie gesagt, sie kann nicht im Raum mit zwei Männern sein, das geht nicht. Und dann haben wir draußen erst geredet, ohne Kamera. Dann ist sie rein, dann haben wir in dem Setup geredet. Und aus diesem Interview, was eigentlich angedacht war für, ich sage jetzt mal, im Regionalfernsehen, du hast da nicht viel Zeit und das war auf 20 Minuten angelegt. Wir haben drei Stunden miteinander gesprochen, also aufgenommen, vorher noch viel, danach noch viel. Und wir haben uns dann wirklich gut verstanden. Also wir konnten wirklich, wir haben so eine Ebene gefunden. Und das passt auch sehr gut, weil das hat wirklich viel mit Zuhören zu tun gehabt. Und abends war dann ihre Lesung. Und dann bin ich zu dieser Lesung noch gegangen und ich war der einzige Mann im Raum. Also da waren 50 Frauen gesessen. Sie war vorne und sie hat erzählt und sie hat dann von ihrem Tag erzählt, dass ein Kameramanteam da war und dass sie von einem Mann interviewt war und dass sie sich unglaublich unwohl gefühlt hat am Anfang. Und auf einmal gucken alle natürlich auf mich und ich habe so den gebündelten Hass von 50 Frauen auf einmal auf mich gezogen. Und sie hat dann gesagt, nee, nee, das war ein gutes Gespräch und das hat ihr sehr geholfen. Und das war ein besonderer Moment für mich. Weil sie hat dann, wir haben auch nochmal dann während dieser Lesung, hat sie mich dann nach vorne gebeten. Dann haben wir dann quasi so eine Art Live-Interview spontan gemacht. Also ich habe nochmal so ein paar Sachen gefragt. Wir haben uns nochmal unterhalten. Und sie hat so krasse Sachen erzählt. Ich habe die ja teilweise schon mal gehört gehabt. Aber da kriegt man wirklich so ein bisschen Pippe in den Augen nochmal. Und dann habe ich mir danach ein Buch geholt, weil ich das auch komplett dann lesen wollte natürlich, aber auch für den Beitrag gebraucht habe. Und dann hat sie mir was reingeschrieben. Und das habe ich jetzt erst wieder gesehen. Und ich hatte das ganz vergessen, dass sie mir was reingeschrieben hatte. Und das wollte ich einfach ganz kurz sagen. Sie hat geschrieben, ich kriege richtig zittrige Hände gerade. Mein lieber Martin, danke für die Achtsamkeit in deinen Worten, Lilly. Und das fand ich wirklich, das war einer der prägenden Momente in meiner, ich sage es mal, Lokal-Fernseh-Karriere. Das Gespräch mit ihr machen zu dürfen. Und ich glaube, da hat sich auch so ein bisschen so eine Weichenstellung ergeben, dass ich Interviews machen möchte, dass ich Gespräche führen möchte. Und sie war da ein großer Teil. Also das ist ein erschreckendes Buch. Es ist brutal ehrlich geschrieben. Es ist keine Kost, was man sich abends vorm Einschlafen gönnen sollte. Sondern das am besten mal tagsüber mal eine Stunde lesen und dann wieder weglegen. Aber eine sehr, sehr beeindruckende Frau, die ihren Weg nach so viel Leid extrem krass gegangen ist noch und Vorbild für ganz, ganz viele Frauen ist und auch für viele Männer ist, finde ich, wie sie sich da selbst rausgezogen hat aus der ganzen Sache. Deswegen sehr emotional am Schluss nochmal, aber Lilly Lindner, Splitterfasernackt, im Knauer Verlag erschienen. Wir werden es auch verlinken. Natürlich ist ein Lesetipp von mir. Du merkst, ich bin jetzt auch irgendwie relativ still geworden. Ich hätte noch einen Buchtipp gehabt, aber Martin, ich glaube, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Ich danke dir von Herzen, dass du das jetzt auch geteilt hast. Ich glaube, das ist total wichtig, dass das auch Leute wie du teilen. Und ich glaube, wir lassen das jetzt einfach so stehen. Lassen wir so stehen. Und wir freuen uns in zwei Wochen. Und wir hoffen natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Wir freuen uns über Bewertungen. Wir bleiben da am Ball und werden nicht müde, das zu sagen. Uns bringt es total viel Spaß. Und wir hoffen natürlich immer, dass wir euch auch ein bisschen anregen können, dass ihr uns auch vielleicht gerne zuhört. Und wir freuen uns auch über Kontaktaufnahme, über Instagram vor allen Dingen. Wenn ihr mal ein Thema habt, was euch interessiert, was wir besprechen sollen, dann sagt uns das gerne. Und ich danke dir, Martin, für den heutigen Tag, für das Gespräch mit dir. Schöne Grüße nach Stuttgart. Julia, ich danke dir. Ich wünsche dir eine gute Zeit in der europäischen Hauptstadt am kommenden Wochenende. Mach's gut, ich freue mich. Mach's gut, ciao. Tschüss. Musik 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 혹시